Ich bin aufgeregt. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Diesmal auch aus einem Auto, was von innen zumindest blau ist. Aber es ist nicht unser Sprinter. Okay, ich bin echt aufgeregt. Aber Marco, wo sitzen wir denn drinnen? Erzähl es uns. Gucke, das hat schon mal geklappt. Bist du auch so aufgeregt? Okay, crazy. Servo. Ja, ich pack jetzt das mal lassen. Das ist das, das ist das. So, hier. Kann mich mal wieder nehmen. Crazy. Das ist das. Das ist das. Oh, langsam gewöhnt man sich dran, ne? Ist aber was anderes, ne? Ist definitiv was anderes. Keine Servo, kein Bremskraftverstärker. Irgendwie gefühlt liegen die Gänge irgendwie irgendwo gefühlt. Also für mich so. Und dann weißt du halt auch nicht, wie das Auto reagiert. Also es ist ja jetzt halt vom Lenkenhältnis mit sich schwammig. Hey, man sieht es nicht. Damals, im Winter 2018, lag ich auf dem Sofa. Das Wetter war wieder mal richtig mies und ich seppe gelangweilt durch die Fernsehkanäle. Dann blieb ich irgendwie beim NDR hängen. Denn die Moderatorin erzählte aus ihrer Kindheit und wie das alles mit der Liebe zu Schweden begann. Sie zeigten Bilder von glücklichen Menschen und kleinen roten Häuschen, viele Seen und wunderschöne Natur bei strahlendem Sonnenschein. Das war eine Doku über den Sommer in Schweden. Und dann zitierte die Moderatorin eine Textzeile von der Musikgruppe Revolverhelden. Wir liebten das Leben, den Sommer in Schweden. Ja, und dann erzählte sie noch, wie sehr dieses Land und diese Jahreszeiten ihr Leben verändern würden und dass sie bereits als Kind ihr Herz an Schweden verloren hatte. Ja, die meisten von euch wissen es ja. Unser Plan war ja eigentlich, die Panamerikaner von Kanada bis Feuerland zu fahren. Ja, und dann? Dann kam halt Corona. Und wir brauchten einen Plan B. Ich erinnerte mich an diese Doku von damals und die Worte der Moderatorin vom schwedischen Sommeridyll. Und außerdem waren wir ja auch irgendwie auf der Suche. Naja, was heißt Suche? Auf der Suche nach dem Glück vielleicht? Einen besseren Ort in dieser Welt? Einen schöneren Platz zum Leben? Oder wollte ich einfach dieses Gefühl erleben, was die Moderatorin damals beschrieben hatte? Doch Schweden war am Anfang wie eine bockige Freundin zu uns. Grau in Grau und schlecht gelaunt. Ich hätte beinahe gesagt und ziemlich feucht. Nur ab und zu zeigte sie ihre Schönheit. Aber an diesem Nachmittag hatten wir das Gefühl, sie wolle alles geben, nur damit wir unser Herz in sie verlieren. Und nun mal so unter uns. Ein bisschen hat die das auch geschafft, ne? Doch kurze Zeit später wurden wir brutal zurückgeschleudert in die Wirklichkeit. Doch nicht der perfekte Ort zum Leben? Der Sommer in Schweden ist vor allem kurz. Und es fehlt an Licht. Besonders im Herbst und Winter sind die Lichtstunden sehr kurz. Und oft ist es einfach nur kalt und grau. Aber eigentlich konnten wir in diesen Stunden nicht an den Winter denken. Nur an diesen Refrain von der Band. Wir lieben das Leben, den Sommer in Schweden. Wir lieben das Leben mit der Band. Musik Ja, ja, irgendwann mal besuchen wir euch. Dann kommen wir mal vorbei. Das hatten wir früher immer gesagt. Und jetzt, jetzt waren wir in Schweden und wir konnten unsere Freunde besuchen. Was wir jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, ist diese historische Bedeutung ihres gewählten Heimatorts. Die Kupfergrube in Fallon und die Gegend rund um die 100 Meter tiefe Grube sind weltweit einzigartig. Seit 2001 zählt die Kupfergrube zum UNESCO-Weltkulturerbe. Seit dem Mittelalter wurde hier Kupfer, Blei und Zink abgebaut. Im 17. und 18. Jahrhundert war das Bergwerk die größte Kupfermine der Welt und mit 1200 Bergarbeitern einer der größten Arbeitsplätze Schwedens. Damals war Fallon nach Stockholm die zweitgrößte Stadt des Landes. Das sieht man heute nicht mehr. Hier hängt die Erde vor der Decke. Wir sind im Fallon Gruber Museum und zwar ist das das Museum von dieser Zinkgrube und wir haben eine Tour gebucht und da wollen wir jetzt mal hin. So, da gehen wir jetzt rein. Entschuldigung, wir hatten noch keinen Mittag. Da gehen wir jetzt rein, da gibt es einen Helm und dann geht es runter. Wir müssen sogar Regenkarten anziehen. Hier sieht ja cool aus. Wir gehen jetzt nur an den Berg. Wir gehen jetzt an den Berg. Wir gehen jetzt an den Berg. Es geht jetzt an 600, so 300 auf. Es geht an den Berg. Es geht an den Berg. Hallo, wir sind Marc. Mein ist Lange. Wir gehen jetzt Lange. Komm. 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 Wohin? In den Berg. Du willst jetzt in den Berg? Jetzt schnell. Tschüss Licht. Wir gehen jetzt in die Dunkelheit. Tschüss Licht. Wir müssen jetzt 300 Stufen da unten. Dreimal. Eins, zwei, drei. Ach ey. Schon wieder Höhle. Als wenn ich nicht auf Sansibar schon genug von Höhlen hatte. Hier ist es sehr flach. Und sehr nass. Und es ist eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Es ist natürlich auch sehr sehr dunkel hier. Also es ist schon sehr authentisch finde ich. Ähm. Und wir sind jetzt hier auch leider ein bisschen aufgrund von Lodi zurückgefallen. Denn wir mussten erstmal 300 Treppenstufen nach unten. Aber jetzt. Ja. Wir gehen jetzt in den nächsten Gang. Oh Mann ey. Es ist auf jeden Fall ganz spannend. Es geht noch tiefer runter. Es geht noch tiefer runter. sicher ein bisschen hoch. Es geht noch mal kurz. Es geht noch mal. Es geht noch nicht so. Es geht noch mal. Eine kleine Kunde mit einem kn�engen Neck. Die können jetzt auf die Kunde nahm aus. Es geht noch nicht mit einem kn�engen Neckens. Und dann haben wir natürlich auch eine Lagerung. Und dann haben wir die eine Kunde hin. Um 1500 kamen ca. 60% des Kupfers in Europa aus dieser Mine. Ist das krass, oder? Auf jeden Fall. Irre. Und dann, wenn man sich vorstellt, dass da nur 2% Kupfer in so einem Stein drin war und der Rest eigentlich Abfall, dann musstest du hier ganz schön ackern, glaube ich. Definitiv ist es auch sehr beeindruckend. Man sieht das jetzt hier auf dem Kamerawild nicht so, aber hier ist so eine Höhle, die ist extrem hoch und überall gehen kleine Gänge links und rechts und auch nach unten weg. Also es muss echt verrückt gewesen sein. Kein Wunder, dass sie uns am Anfang gesagt hat, bitte bleibt zusammen, weil es passiert mehrfach im Jahr, dass hier irgendjemand von der Reisegruppe verloren geht, der dann irgendwie nochmal ein Foto machen will und dann muss einer extra runter den suchen. Ja. Genau. Und diese Mine hier, also zumindest ein Teil der Mine, wurde bis 1992 noch weiterhin genutzt. Ja. Was auch krass ist, oder? Ja. Aber noch viel wichtiger ist, also ich hätte hier, das steht mir nicht, sorry, ich hätte hier nicht arbeiten können. So. Aber Lotti steht es. Oder, Lotti? Fühlt sich wohl mit deiner Jacke und deinem Helm? Ein bisschen kalt und ungemütlich. Aber was ich fragen wollte, wieso ist diese Jacke, keine Jacke, sondern nur so ein Kittel? Ein Kittel. Ja, ein Kittel. Das beantworten wir später jetzt. Das ist ein Regen-Suppermann-Key. Komm. Wir müssen wieder zurück. Ja. Müssen wir jetzt wieder an den Oberflächern? Dann schütteln wir wieder an den Oberflächern. Das ist der tiefste Punkt hier. Aber es geht theoretisch noch, aber nicht lustig. Ja, sie hatte gesagt, dass hier früher immer so ein Klopfgeräusch war für die Arbeiter, damit sie wussten, dass die Wasserpumpen noch laufen. Denn hier wurde kontinuierlich durchgehend Wasser abgepumpt. Hier wird immer noch die ganze Zeit Wasser abgepumpt, weil, ihr seht es, glaube ich, hier ist extrem viel Wasser. Es tropft und läuft überall von den Wänden. Und hier werden in der Stunde 35.000 Liter rausgepumpt. Ist schon krass, oder? Also, was ganz spannend hier unten ist, es ist halt ein Kühlschrank unter der Erde, auf der Höhe hier, haben wir durchgehend 5 Grad das ganze Jahr über. Egal, ob draußen minus 27 Grad sind oder ob Sommer ist, hier sind durchgehend und immer 5 Grad. Oh Gott, hier sind überall links und rechts noch kleine Gänge und Wege, das ist echt verrückt. Also, die haben sich hier einmal durch den ganzen Berg gegraben, das ist Wahnsinn. Überall sind hier nochmal versteckte Abzweigungen. Treppen nach oben, nach unten. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und durchgehend klitsche nass hier alles und 5 Grad. Oh, mir ist es ganz schön warm jetzt. Ich habe die ganze Zeit diesen Helm auf dem Kopf gehabt. Wie war das für dich? Mir tut ganz doll die Stirn weh vom Helm. Von dem Helm, der war ja ganz schön eng, ne? Ja. Ja. Und wie fandst du es sonst da drin? Also, ich fand, es war sehr gruselig und nicht spannend. Die hat auch einmal das Licht komplett ausgemacht, ne? Und dann konnte ich nichts mehr sehen. Gar nichts mehr, das war stocke dunkel, ne? Stocke dunkel. Wie ein Fabianpöter. Nicht? Papa! Achso, alles war stockdunkel. Lotti hat mal Mammut in Popo gefasst. Ich wollte es nur mal sagen. Stimmt doch, oder? Ja, das stimmt. Aber in einem Plastikmammut. Ja, trotzdem, ne? Man muss ja mal gucken, was da so drin ist im Popo, ne? Vielleicht Süßigkeiten. Ja, unbedingt Süßigkeiten. Oder eine richtige Kackewurst. Ja, du wurdest zumindest nicht erwischt, ey. Das war ja schon mal gut. So, der Rest der Reisegruppe ist auch da. Halleluja. Und wie war es für dich? Oh mein Gott. Sehr aufregend. Das war so eine Mischung aus, wow, was haben die hier gemacht? Vor hunderten von Jahren einfach so diese massiven Steine weggesprengt und dann diese riesigen Höhlen zu sehen, die übrig geblieben sind. Und auf der anderen Seite haben wir uns auch ein bisschen gegruselt, ne? Ja. Also besonders, als sie uns demonstriert hat, dass es wirklich stockduster ist, wenn das Licht ausgeht. Ja. Sie hat an einem Punkt einfach mal alle Lampen um uns herum ausgemacht. Und man hat die Hand vor Augen nicht sehen können. Das ist, ja. Und ich konnte sogar nicht mehr sehen, wo ich stand und wo die anderen sind. Ich habe mich einfach nur an eine kühle Jacke gelehnt, die von Mama war. Verhoffst du? Ja. War ich das wirklich? Ja, das war an der Seite, glaube ich. Das Verrückte an der Mine ist, die haben hier ein bis zwei Prozent Kupfer überhaupt rausgeholt. Aber, was sie trotz alledem als Nebenprodukt rausgeholt haben, und ich zeige euch das ganz kurz mal an unseren Hosenbeinen und Schuhen. Ja. Hier kommt nämlich auch die Farbe für die Häuser her. Also die Schwedenhäuser sind ja schön rot. Hier hinter ist übrigens noch ein richtiges Werk, wo die Farbe produziert wird. Und die holen die Farbe hier aus dem Berg. Ja. Man nennt es das Fallonrot. Kommt aus der Stadt Fallon. Jetzt wisst ihr Bescheid. So sieht es aus. Und wir haben es jetzt an den Schuhen und an der Hose. Bäsche waschen. Juhu. Wisst ihr, was mir Susi gerade gesteckt hat? Alter. Also der ganze Spaß hier mal. Einmal durch den Berg und wir wurden sehr, sehr schnell durchgetrieben. Wir sind jetzt innerhalb, wie lange war das? Eine halbe Stunde? Eine Stunde geht die Tour. Eine Stunde. Okay, das kam mir doch schneller vor. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr durchgetrieben worden. Das geht ja auch immer runter und hoch und runter und Seitengang und links und rechts. Das hat jetzt der ganze Spaß 60 Euro gekostet. Wobei der Eintritt zum Museum ist inkludiert. Also wir haben ja noch gar nicht alles gesehen. Das stimmt. Und deswegen gehen wir jetzt ins Museum. Da muss ich die 60 Euro lohnen. Mach den da. Upsi. Ich habe dir da gerade einen Stein runtergeworfen. Einen ganz kleinen. Hast du gesehen, wie tiefer gepackt ist? Ja. Wir machen hier gerade Physikunterricht, Leute. Ja, wir haben nämlich gerade so einen Stein bis da nach unten zum Museum geworfen. Weißt du, was verrückt ist? Je tiefer der Stein gefallen ist, desto schneller ist er geworden. Wirklich? Mhm. Übrigens, dieses nervige Klacken, was er da hört. Somi, was ist das nochmal? Das ist an der Wasserpumpe angeschlossen. Und das hört man bis unten. Als wir da unten standen, haben wir das auch gehört. Und sie hat uns erklärt, dass das Geräusch war, dass die Bergarbeiter wussten, dass die Wasserpumpe funktioniert. Und wenn die das nicht mehr gehört haben, dann wurde kein Wasser mehr hochgepumpt. Und dann mussten die schnellstmöglich raus aus der Grube, weil sonst lief es ja da unten voll mit Wasser. Ziemlich cool. Und dann ertrinken sie. Ja. Genau. Ja, und da ist noch die Fabrik für die Farbe. Die hätten sie ja mal lustigerweise auch im Blau streichen können. Also wenn ich zum Beispiel an Farbe denke, so wie Alpina, dann denke ich halt so an Katze. Aber wenn ich an Falu-Röttfag denke, dann denke ich an Sommer, Sonne, Großmütter, Erdbeeren, Kuchen, neue Kartoffeln. Ach Quatsch, das liest du doch ab hier. Warte, warte. Summer Jobs, Kittens, Caterfields, so was alles. Ja, auf jeden Fall scheinen die Schweden eine besondere Beziehung zu dieser roten Farbe hier aus Falu zu haben. Aber jetzt hier. Cool. Dann ist es da. Wenn es geschmolzen ist, da reingelaufen. Das ist jetzt Kupfer. Was ist das? Na, das ist... Ja. Wieso musste man das machen? Hast du das gelesen? Und, Lottie, macht Spaß? Es geht bergab. Ich will da nicht runter. Oh Gott. Ich will da nicht runter. Ja. Sind wir unten? Jetzt müssen wir nur steine Knoten. Aber auch ein bisschen hier. Mehr kommt. Verstehst du, was da passiert? Es ist Leo, Eingang von ihm. Ich dachte ihm, er soll eine Pizza mitbringen. Nein, er hat sich gerade abgesorgen. Oh, die Sommer in Schweden sind so kurz. Da machen die Museen auch schon um 16 Uhr zu. Und wir wurden jetzt gerade gebeten, unsere Sachen zu holen, weil es ist 16 Uhr. So sieht es aus. Aber ich habe auch echt Hunger. Ja, aber sehr interessant, schön gemacht. Also klein, aber nutzt sich. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist sehr interaktiv. Man kann sehr viel hochheben, wiegen, berühren, anfassen, dran rumspielen. Also ganz spannend. Das einzige Unheimliche ist diese weiße Frau, die hier immer auf dem Bildschirm erscheint und dann so irgendwo hin zeigt. Na ja, so ist es halt. So, jetzt haben wir auch noch das Museum angeguckt. Check. Ja, spannend hier. Also wenn wir jetzt nicht Freunde von uns hier noch besucht hätten, wären wir hier wahrscheinlich nicht hergekommen. Aber eine sehr interessante Geschichte, die hier hinter steckt. Ja. Gerade natürlich so in der Vergangenheit und bei unserer kleinen Ostseeumrundung bzw. Baltic Tour. Oder wie sagt man denn? Ich weiß gar nicht. Also hier bei unserer Nordtour sind wir ja auch immer wieder durch Teile unserer tiefen Vergangenheit geschlittert. Und die berühren sich immer wieder. Ob es die Hanse ist oder der deutsche Ritterorden oder wie auch immer. Alles taucht irgendwann wieder auf. Und es ist extrem spannend, hier so ein Museum anzugucken, weil man dadurch ein viel größeres Bild von dieser ganzen Geschichte kriegt. Schätzt sie auch so? Ja, es sind so ein bisschen die Puzzleteile, die sich so zusammenfühlen. Ja, genau. Wie so Puzzleteile. Aber man bekommt auch ein viel besseres Gefühl dafür, was das hier für eine Region überhaupt ist. Genau, das stimmt. Also, klasse. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Und vielen Dank für die tollen Kommentare. Tschüss. Tschüss. Ja, es ist zu spät jetzt. Jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hinfahren. Wollen wir denn so fahren? Nein, noch nicht.